Zu Weihnachten 1075 offenbarte sich ein neuer Konflikt. Papst Gregor VII. hatte den üblichen Weihnachtsgruß mit Segen geschickt, sich in dem Brief allerdings über die königliche Einsetzung von Bischöfen in Italien beschwert. Der Papst forderte als Nachfolger Petri vom König sogar gehorsam ein. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Der Zeitpunkt schien für Heinrich IV. günstig, denn das erstarkte Papsttum störte die Bischöfe im Reich. Im Jänner 1076 versammelte der König die Bischöfe im Worms. Aus Rom war ein abtrünniger Kardinal gekommen, der die Stimmung aufheizte. 26 Bischöfe und Erzbischöfe unterzeichneten schließlich das Wormser Absageschreiben an den Bruder Hildebrandt, wie der Papst eigentlich hieß. Vor allem habe er die apostolische Würde unrechtmäßig erworben und Zwietracht in der Kirche gesät. Er sei nicht vom König approbiert und habe leichtfertigen Umgang mit verheirateten Frauen. Der König als Patricius der Römer befahl dem Papst den Rücktritt. Was noch vor Jahren kein Problem gewesen wäre, führte nun zum Konflikt. Gregor VII. erwies sich als ein ebenbürtiger Gegner. Klerus und Volk von Rom standen zum Papst. Als die Briefe aus Deutschland im Februar 1076 in Rom öffentlich verlesen wurden, erhob sich ein Sturm der Entrüstung. Der Papst exkommunizierte feierlich den Erzbischof von Mainz und suspendierte alle Bischöfe, die das Wormser Absageschreiben mitgetragen haben. Er exkommunizierte ebenfalls die langobadischen Bischöfe, die sich ihnen angeschlossen hatten. Zugleich wurde auch ein Dutzend französischer Kleriker und Laien ausgeschlossen. Um seine Maßnahmen zu unterstreichen, betete Gregor VII. zum heiligen Petrus, der ihm die Gewalt zu lösen und zu binden übertragen habe, im Himmel und auf Erden. Schließlich als Höhepunkt der Handlung traf auch König Heinrich IV. der Bannstrahl des Papstes.